Hallo, liebe Tiefsi-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Big Ambitions. Ja, unser neuer Laden hier, der braucht mal ein bisschen Pepp, ne? Den Fußboden zum Beispiel. Genau, zum Beispiel sowas. Das ist ein Grund. So, Punkt 1, kann schnell hier hin. Hier, hier. Hallo. Äh, anwenden. Hier hin. Gott, Gott, Gott. Ich habe hier keine Geschichte, das. Das war lächerlich. Das ist doch... Achso, die hört ab 16 Uhr auf, das ist schlecht. Genau, also wir haben jetzt hier den Boden schon mal erneuert. Genau. Und dann die Wände, mit einem Gestalter. Ähm... Ja, ich glaube, wir bleiben bei der Farbe hier. Genau, und zwar nehmen wir dann so... Das selbe gegenüber. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Sehr gut, dann machen wir hier noch ein bisschen was. So. Und dann so. Genau, und dann hier dunkel ich auch mal. Und hier das selbe. Und hier das selbe. Mhm. Was ich jetzt gestellt habe, ist, was ist da los? Papiertüten vor und wieder. Mein Gott, das ist... Diese Rechtsanwalts... Äh, Rechtsanwaltskanzleien sind hier jetzt im positiven Bereich. Das ist super. Ähm... Genau, und ich muss schauen, dass wir keine... Dass wir die Papiertüten liefern. Warum haben die keine Papiertüten liefern? Das ist mir eine Rätsel. 2000... 2000... So, I don't know, there's somebody here. Mhm. Ich denke, bloß tiefsehenden Fische. Vier von vier. Okay. Wir könnten hier richtig noch eine dritte Anwaltskanzlei aufmachen, würde ich sagen, oder? Die Frage ist jetzt, wenn ich mehr Anwälte draufsetze, ob es dann besser wird. In einem Raum, ne? Lass ich mal kurz gucken, was der Nächste ist, hier. Schauen wir mal in der Deko. Können ja auch laufen können, so voll zum Laufen. Mein Gott. Packt doch richtig. Und zwar hier. War schon eine ganze Zeit aus hier, ne? Bis auf das hier vielleicht. So, wir können auch hier mal ein bisschen was tun und umgestalten. weiter. Dann die Wände. So. So. Zum Beispiel so, ja. Zum Beispiel, ne? Ja. So. Also, ihr seht, hier kann man sich austoben. So. 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 So, hier könnte man noch eine Küche reinsetzen, eventuell. Ja. Anwenden. Und ich nehme mal mit. Wo kommst du da hin? Dann machen wir das anders. Die Puttsstation, die kommt hier hin. Ähm. Ähm. Warte mal. Weil wir die ganze Dings, eigentlich könnten wir erneuern hier, ne? Das sind ja keine Schreibtische, das ist ja schon auf dem Tisch. wir haben das zeug raus und wenn die neue einrichten glaube ich auch genau dann machen wir hier schon die küche rein okay aber erst mal müssen warten bis die wieder aufmachen sonst geht es nämlich nicht so muss mein auto schlafen wieder parken wo ist eingetroffen diese sache wo ist die also die lieferung ist eingetroffen nein aussteigen ich muss ja immer noch ein bisschen schlafen moment kontakte und zwar möbelhaus anruf das ist immer noch freitag 10 uhr genau artikel hinzufügen ich brauche ein schrank mit schubladen ein schrank mit türen dann brauche ich noch mal eine pflanze eine uhr kühlschrank ein herd backofen ein teppich noch und schreibtische brauche ich dann nehmen wir da nehmen wir da das Packen. So, packen. Ich will die Packen. Hallo. So. Vollzeit, Vollzeit, genau. Und schließen. So. Packen. So. Wenn ich jetzt den verkaufe, ah ja, hier, verkaufe, verkaufe, die Dinge. Sehr gut. So. Genau. Wir haben hier noch die Lampen, dann haben wir hier das da. Ja, das müssen ja nicht passen, oder? Genau. Gut. Jetzt habe ich aber die Möbel natürlich falsch geliefert. Man kann nur immer nur eine aufnehmen, das ist schlecht. So, machen wir jetzt hier, jetzt gehen wir da rüber. Ja, Ziel festlegen. Ganz schnell da rüber. So, der Moment ist ja selber. Und zwar, pass auf, der kommt hier hin. Dann haben wir schon die Küche, genau. Sehr gut, dann sind die Küche schon da. Mir geht nicht. Packen. 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 Genau. Und dann machen wir hier. Verkaufen. Ja. Verkaufen. Ja. Verkaufen. Ja. So. Dann. Packen. Ja. Nee. Schließen. Packen. 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 Und zwar, verkaufen. Verkaufen. Schauen wir mal kurz, ob das funktioniert. Gut, Raumgestalter. Selber. Selber wie den anderen auch. So ist fein, genau. Wunderbar. Dann haben wir hier noch, ähm... Das Ding ist ja mit Null tatsächlich, der hat Null. Teilzeit. Und zwar, mal kurz. Also, halts. Also, цветet. Gechen. Oh, das ist BC. Wir müssen da ein bisschen umbauen. Ich glaube, wir machen an, dass wir mieten noch ein Gebäude an. Wir werden hier nur zwei Rechtsanwälte pro Gebäude haben. Verkaufen, verkaufen. So, wenig Platz für Sachen hier. Dann kommt hier der Schreibtisch hin. Da müssen wir noch ein bisschen Farbe reinbringen ins Spiel. Über Geschmack kann man sich streiten, ich weiß. So. So. Was? Na ja, wenigstens ein bisschen Farbe, ne? Gut. Dann müssen wir uns schon um die Angestellten kümmern. Die haben keine Aufgabe hier. So. Anwalt, Kundendienst. So. Du bist 70. 76. Das heißt, du kannst jetzt bei Gifts anfangen. Du fängst an. Du fängst an. Bist du Vollzeit oder Teilzeit? Teilzeit. Okay. Gucken wir schon um 9 anfangen, wenn es geht. So, nächste bitte. Ähm. Wie können wir noch trainieren? Auch bei Gifts bitte. So. Die ist. Vollzeit. Dann machen wir es anders. Dann machen wir es so. So. Dann die nächste. Dann die nächste. Da fehlt die Brütschstation schon wieder. Tatsächlich. Ähm. Schnell hin. Schnell eine Brütschstation bitte. Da, stopp. Äh. Ah, ist die Großen. Ah. Meine Fresse. Ah, knapp. Einschneiden. Schlafen wieder. Äh. Was? Oh. Ähm. Eine Stunde. Ich sehe schon die Folge ist zu Ende, aber ich möchte noch ganz kurz was kaufen. Auf eine Brütschstation bitte. Und jetzt bitte da hin. Oh. Sorry. Keiner versieren. So. Also. Dann werden wir hier die Brütschstation abliefern. Und dann werde ich ein neues Gebäude für die Anwälte mieten. Das Tüte. Hopp, hopp, hopp. So. Genau. Da rein. Platzieren. Ähm. So. Und jetzt können wir nämlich hier den Putz, den Putzmann hier abstellen. Genau. Und der ist es der Vollzeit oder es ist der Teilzeit. Okay. Gut. Okay. Ah. Was? Vielleicht werde ich was. Was habe ich jetzt gesagt? Oh. 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 wo ist die uniform so okay gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat einen Daumen da lassen und wenn ihr wisst, ob es weiter geht, dann ein Abo und rechts um die Playlist und ich sage, bis zum nächsten Mal, tschüss tschüss